Hallo! Guten Tag! Wie heißen Sie? Ich heiße Edwin Stadi. Woher kommen Sie? Ich komme aus Uganda. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Dubai. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Englisch, Lugandisch, Hindi und Deutsch lernen. Okay, Sie lernen Deutsch. Gut. Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind Fußballspielen, Reisen und Cut.